in der furchtfurchtlichen guten tag wünsche ich euch zu einer kleinen aber feinen runde dark souls 2 und ich hab was heißt bock ich bin verzweifelt spieler spiel wieder in genau an der gleichen stelle mir wurde gesagt ich kann theoretisch sohn es gibt schilder die 100 prozent magie damit abhalten aber ich weiß nicht ob ich das jetzt noch anwenden soll weil eigentlich ist ja hier nicht mehr viel alter magie schild zum beispiel alter ist das klein probleme aus so mal gucken ob es wirklich 100 prozent abholen wahrscheinlich nicht mehr weil er macht immer noch ziemlich viel schaden ja auch noch zu viel schaden macht noch viel zu viel schaden gibt es das magie schild nicht so viel ab alter hundert 80 90 90 90 das nicht schlecht hier ja das nicht schlecht hier das ist echt nicht schlecht sieht wirklich ganz wenig kann man auch sein schild irgendwie schneller ziehen ich habe das einmal gesehen wie er ziemlich schnell ein schild gezogen hat das ist eigentlich ganz cool mit dem schild macht man sich nicht so viel sorgen ich darf jetzt nicht blocken das zieht mir zu viel das ist dann ganz cool hält auch ein bisschen damage ab aber halt wirklich physikalischen schaden kaum nicht 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 das reden des wertes was er hält einfach nicht so viel aus das ist halt das problem aber man kann halt nur eins haben entweder magie schild oder physikalischen alter wort wieso hat er denn jetzt um visiert alter ist das ärgerlich ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße es fängt wieder geil an es sollte noch also wurde das tipp gegeben ich sollte auch ein bogen holen und die dann halt von der ferne angreifen was ich ja auch schon mal überlegt hatte jetzt habe ich ja schon mal vorgehabt aber ich habe keine falle das ist ja das problem und ich weiß leider nicht wo man so viele pfeile her bekommt ich weiß es wirklich nicht keine keine ahnung so pass auf wir haben jetzt hier schon so lange verbracht ne das fakt ja schon ziemlich ab deswegen warum kann deutschwerden nicht benutzen was soll die denn jetzt dann packe ich mal kurz um wir machen ja wieder alte wertetaktik mit augen als großschild wüsste hallo 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 ist der fack ich weiß eigentlich aussieht ist echt ganz cool aus aber wo ist die musik normalerweise nicht immer so musik in den dem gebiet hier da kommt da an oder ja da kommt da da kommt da jetzt mit einem metano alter ich sehe das nicht doch doch weiß ja was bringt das mit tarnung da durch zu gehen checke ich gar nicht sieht irgendwie krass aus irgendwie habe ich das gefühl der weiß was er tut warum hat er eine unsichtbare waffe frage ich mich das verstehe ich nicht ganz ne hallo warum hat er eine unsichtbare waffe die fack ja ja bestimmt er hat einfach nur unsichtbare waffe was ist das denn wie lächerlich ist das denn bitte alter kommen was soll man denn da machen da war noch gar keine chance wenn man jemanden um unsicht ich weiß gar nicht was denn wenn du waffe hatte ein schwert eine lanze könnte es auch sagen keine ahnung das ist ja richtig lächerlich auch mann junge ich bitte dich auch mann da denke ich wieder alter der fack fick dich da ist es wirklich einfach aber weltkontakt ist 3 also es ist mir egal woher kam das fiech denn jetzt schon wieder ich sehe die mich hier im scheiß was ist so ein drecksland weißt du diese ganzen kack viecher hier die sich im wasser verstecken dann die kack magier das ist das ultra drecksland auf doom alter ja ich werde auf jeden fall getroffen ich kann gar nichts machen es ist so unfair ja wieso holst du dich mal ein schnelles schwert vielleicht wird das helfen ach fuck jo bestimmt come on ich hole mir jetzt ich muss jetzt ein schnelles schwert aus was denn schnell was denn richtig schnell und das kann ich gar nicht anziehen als ob ich kann alles klappt ach komm ich kann doch gar nicht wieso bin ich denn nur auf das schwert gelaufen alter ich kann ja gar kein anderes schwert mal anziehen was habe ich denn gemacht alter was habe ich denn gemacht wenn wir das mal verraten würde ich wollte eigentlich einfach so rüber laufen ich glaube da läuft man in den abgrund ja come on ah oh boah boah alter ich will das jetzt packen das kann nicht sein ich muss das packen ich nehme gleich alles was ich habe im inventar ganz ehrlich ich will das jetzt schaffen wenn ich jetzt hier dings verstärker machen muss oder sonstiges mir egal ich will das jetzt endlich fertig machen ich hole mir magie verstärker ich hole mir kampf verstärker alles alter rüstungsresistenz oder so mal gucken was ich alles habe ja ist mir egal alles nehme ich hier ok was haben wir denn so ausdauer generation stellen ein paar zauberinsätze wieder her menge tp allmählich stellt ein menge tp allmählich wieder her rückkehr leuchtet feuer sehen verlust rückkehr aha ja blablabla das stört ausrüstung mit ausrüstung mit säure so nice reinigt untote mit heiliger essenz explodiert blablabla magie abwehr stärkt vorüber magie abwehr ja ich weiß dass das jetzt auch nötig ist das ist eines der stärksten sachen die es gibt und ich benutze sie für so eine kleinigkeit in anführungszeichen kleinigkeit in anführungszeichen kleinigkeit für mich ist das ja keine kleinigkeit wenn ich jetzt sterbe ist das natürlich noch frustrierender was was aber seht ihr schon wie wenig tp ich verliere durch das ding ok 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 bitte lass doch von mir ab alter ach komm oh mein gott oh mein gott oh mein gott alter 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 ich kann ja gar nichts gegen die ich kann es einfach nicht mit denen alter das ist ja krank ich hatte vorher noch nie so probleme mit denen aber jetzt jaaa die habe ich auch 15 mal getötet haha alter alter fuck die habe ich ja eben ausgelassen ich glaube das erste mal dass ich ausgelassen habe eben alter egal 10 minuten egal guck mal jetzt sind wir bald können wir komplett durchlaufen dann ist es doch egal aber kann ich noch 10 mal sterben nochmal 10 mal sterben dann rede ich mich nicht so auf wenn ich vorher oder ich kann ja nicht mehr vorher sterben ja guck doch mal wie viel die ziehen alter vater krass krass die dürfte auch bald schon ein paar mal getötet haben bis dahin bis dahin bin ich glaube ich schon fast immer gekommen ich hätte gerne einen bogen und dann würde ich die gerne anlocken das wäre geil soll ich nehmen nochmal magiere ne nehm ich jetzt gleich guck mal wie schnell ich jetzt hier war krass wenn alle tot sind dann ist das echt einfach so einmal schlagen lassen dann geht das aber bei 3 ist das gar nicht so einfach ich versuche die irgendwie mit meiner langen waffe auf abstand zu halten aber es ist echt nicht einfach so dann nehmen wir nochmal eine blüte kleine blaue blüte ach leute leute so bisschen magie abwehr gestärkt ist gut ja 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 alter nein 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 oh es kommt einfach die beiden von hinten oh gott ist das euer ernst ich hatte es in der tasche ich hatte es verfickt nochmal in der tasche aber nein es kommen einfach die beiden von hinten auf einmal die beiden von hinten kommen oh junge das ist schon die dritte folge dass ich an dieser eigenen scheiß karte hänge an der eigenen karte was ist hier los oh gott ja die ist auch nicht mehr da leute weil es kein gegner mehr da außer diese fucking drei typen da am ende ja der ist auch nicht mehr da und dann sind die bald auch nicht mehr da junge er ist noch da das freut mich alter guck dir das an wie viel die ziehen es ist so unglaublich lächerlich und schild weiß es bringt hier einfach nix weil es ist ja nicht nur magie typen sondern auch diese fucking hässlichen scheiß krieger fuhren pisser tut mir leid dass ich so böse werden muss carb of mirror hä also ich hatte noch nie einen der carb of mirror hieß deswegen könnte ich könnte man schon fast behaupten dass das ein echter spieler ist und ja ich geh mal davon aus ach f*** dich alter f*** dich einfach f*** dich f*** dich das wird mein untergang sein f*** ich versuch den an die schlucht zu locken alter das ist meine einzige chance glaube ich f*** der ist schlau ah f*** der ist schlau f*** er ist nicht ich mach einfach die artisaktik wieder f*** 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 nichts mehr heute hingegeben jetzt nicht erwartet aber naja ich freue mich darüber das zeigt zwar nicht deutlich aber ich freue mich schon darüber es ist immer schön wenn man einen echten spieler töteten heißt es das heißt schon was muss man nicht sagen oh gott war das knapp mit fairness behaupten ein bisschen ist das schon ist halt ein echter spieler das heißt er spielt genauso da ich jetzt wie du ja ja alter wie mache ich das jetzt ich weiß es nicht ich weiß wirklich nicht und die heilen sich einfach noch wie op sind die denn bitte machen die ein damage das ist abnormal komm komm nein der letzte hat nicht gesessen der letzte es ist unglaublich es ist unglaublich was hier passiert ist unglaublich wie viel wie viele minuten haben wir schon 20 minuten das ist die dritte folge die dritte es sind fast alle auf diesem fucking weg tot aber die letzten junge wie was ist denn los alter und die sind auch tot ich kann einfach komplett durchlaufen ich kann komplett durchlaufen außer den einen typen noch und den da und als ob der auch tot ist elisabeth pils elisabeth pils elisabeth pils elisabeth pils elisabeth pils elisabeth pils ja selbst der ist tot selbst der ist tot leute das ist so lächerlich bald habe ich ihn mag den den ersten von denen auch noch tot oder nach ich wollte nicht jemand ist mir egal ist mir egal ich bin echt nicht auf magie ausgelegt ich bin halt kaum magie resistent aber das ist scheiße ich habe sowieso kacke geskillt habe ich das gefühl ja alter sieht saugut aus hr hr er hat sich geheilt aber ist egal oh lol oh lol oh lol ich hab's ich hab's ich es ist alter ist mir scheißegal ich save ich kämpfe jetzt nicht noch gegen die ich gebe keine risiko Oh mein Gott, Mann! Was? Was, Alter? Boah! Junge! Fuck! Oh! Alter Vater! Was ein Scheiß! Hä, und wie kann ich den jetzt gut kämpfen? Oh, mit Wurfmessern, Alter! Wurfmessern! Wurfmessern! Das ist cool! Mach ich eigentlich viel zu wenig zu Wurfmesser oder so. Keine Ahnung, mach ich eigentlich nie! Oh! Oh! Oh, das bringt voll viel! Oh, das bringt voll viel! Junge! Alter, freue ich mich schon da drauf! Wie Hulle, ey! Das wird so geil! So! Hier wasche ich einfach durch, das mache ich immer! Das geht ganz gut! Oh! Oh, oh, oh! 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 Normalerweise ist jemand... Da ist der Finstergeist! Ich wollte sagen, normalerweise ist jemand ein Finstergeist unter Wacher! Oh, lol! Komme rein, alter! Aua! Fast jung Alter, als ob der jetzt Ach komm Er zieht einfach nochmal 100.000 HP Aber schön Menschenbild nochmal bekommen Tag So, jetzt lege ich mich mit der netten Dame an Mit dem Sengis-Dämonen Mit der Sengis-Dämonen Tut ihr das nicht? Ne, dann kann ich einmal noch verzaubern Habe ich nämlich ganz vergessen gerade So Das bringt hier alles nichts Oder nicht wirklich Als ob Er hat mich mit dem Bein erwischt Das ganz angenehme ist, dass man Als ob Dann muss ich mir Zeit lassen Okay Konzentration Bei dem Boss muss man sich nur konzentrieren Sonst nix Ja okay muss man bei jedem Boss Aber gut Ach komm Hey Das ist geil bei dem Boss Da kann man einfach Ganz gechillt trinken Ach komm Ich muss mal kurz im Auge kratzen So Wunderbar Ach komm Ach komm Was ist das denn für ein Komboangriff Och man Ich ficke Deine Mann Obwohl Ne Ich glaube Die ist nicht so geil Die Mutter von der Sengis-Dämonen So geht das Area gecleared Seid ich da nur Vorher 80.000 Dinger da reingehaut Bist du behindert Konzentriere dich Nun Es wird langsam Langsam wird es schlimmer Als FIFA spielt Also bei FIFA Nicht richtig eskaliert Aber hier Langsam Langsam Scheint es so zu werden Dumme Scheiße Hier So Zack Zack Boom Boom Sag ich da nur Ach komm Ist doch lächerlich Hier Ist doch lächerlich Schnell Lauf Das brauche ich jetzt Motivation Motivation So Nehmen wir mal Menschenbild Juckt ja nicht Bei 83 Alter beim ersten Mal NG plus Alter das war so einfach Aber NG plus 2 Ist schon mal was anderes Obwohl Am Anfang Hat ja auch keine Probleme Aber jetzt Habe ich schon Sau krasse Probleme Also nur in dem Land Eigentlich Sonst eigentlich nicht Nur in dem Land So jetzt Jetzt aber mal Konzentration Eigentlich müsste ich das Ohne ein fucking Leben Zu verlieren Kann man das Locker gewinnen Eigentlich Aber wenn man Willibald heißt Oder wenn man Willibald heißt Und ich bin Dann nicht Den anderen Angriff Wenn man da oben Unten schlägt Macht er glaube ich Nur Wenn er einen trifft Das ist richtig Assi Als What The fuck Den kann ich auch noch Nicht den Angriff Komm Steh wieder auf Junge So Ach Dumm Alter Gut dass es Getroffen hat Ich bin so ein idiot Junge Warte Erstmal Ob er noch Angriff macht Oder nicht So Zack Zack Als Ob Come on Der ist eigentlich Scheiße Der Angriff So Jetzt Der ist auch Ziemlich Scheiße Nein Gut Noch eine Und hier Geben Nein Okay Du musst einfach nur weg Dann nicht Nicht Dingsum Oder so Sondern Ja Nice Noch mal einen mitgegeben Wunderbar So Er hat immer viel Komm Ach Alter Ich lerne es auch nicht So Jetzt macht er nichts Das merkt man nämlich So Ein überraschender Angriff So Jetzt macht er noch einen Dann macht er noch einen zurück Und jetzt macht er vielleicht noch einen Ja Ich war doch weg Was sagt ihr dazu Leute Was sagt ihr dazu Kann das sein Och man Aber ich bin auch so scheiße Ich bin so schlecht geworden In der XS 2 Ne wirklich jetzt Ich habe wirklich ein paar Tage Oder war ich eine Woche Nicht mehr gespielt Oder so Eine Woche nicht mehr konnte ich nicht gespielt Und dann War ich einfach scheiße Ich wurde scheiße Ist einfach so Ich muss das Spiel einfach suchten Um gut zu sein Ach fuck it Das war auch Schwachsinn Ich könnte locker Normalerweise Mann Wenn ich mich konzentrieren würde So Jetzt aber Komm Komm Es ist so lächerlich Es ist so lächerlich Ja Und was wurde ich jetzt getroffen Nice Was Glücklicherweise Hat er nicht zweimal geschlagen Okay Okay Mach weiter so So ist es gut Zum Glück So Jetzt macht er den Zack Zack Und So Wunderbar So ist es doch schön Obwohl das echt hart ist Eigentlich Alle auszuweichen Zack 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 Was Es ist so an mir Ich will Unretard Spiel Das war noch Zeit So Wunderbar Perfekt Manchmal kann man unten durchschlagen Manchmal nicht Lol Was geht denn jetzt ab? Okay Jetzt sollte ich ein bisschen Abstand Bisschen halten Aber auch Alles klar Alles klar So Ja das war's Das war's So Wixer alter Dummer Huso Junge Jetzt haben wir jetzt gepackt Und jetzt kommt Was kommt jetzt nochmal Ach das Land Jetzt kommt Äh Warte Da kommen wir her Wie wir sind's Ähm Wie heißt das Untoten Grab da Da wo Wendrig am Ende ist Ja jetzt kommt das Untoten Grab Dann kommt dieses Schloss Wo Diese ganz vielen großen Viecher Großen Riesen Babys da sind Und danach kommen die Drachen Ja Gut Dann sehen wir uns hier Wieder In der nächsten Folge Ähm Ja Ich hoffe es hat euch Ansatzweise gefallen Und ähm Ich weiß Das ist im Moment schwierig Es ist scheiße Gerade Ich weiß nicht Bin gerade nicht so Gut drauf Oder so Keine Ahnung Auf jeden Fall Beende ich jetzt die Folge Für unser Tschüss Und bis zum nächsten Mal Tschüss